Läuft es? Ja, dann musst du jetzt trotzdem auf dem Film. Nee, also. Siebel von der Neue auf dem Tour Tagebuch. Tag Nummer weiß ich nicht mehr. Ich bin völlig raus. Ich kann nicht mehr. Nachdem gestern alles so scheiße war in Saarbrücken, war es heute richtig geil. Freiburg rockt wirklich. Ich hab scheiß auf die Disco-Shirts verkauft. Die haben mir das leer gekauft alle. Ich bin pleite an T-Shirts jetzt. Kohlemäßig natürlich jetzt reicher. Aber Freiburg war richtig geil. Rock Roll. Und, äh, hier ist jetzt noch ein bisschen Disco. Ja, ihr seid jetzt auf dem Film hier drauf. Komm mal, gucken hier einmal. Und, äh, ja. Ah, guck mal hier! Ja, Männer! Ja! 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 Ja!